Remeo ist eine etablierte Pflegeeinrichtung, die man, wenn man Intensivpflege in Deutschland beschreiben möchte, landet man automatisch bei den Wurzeln und das war hier in der Region Berlin-Brandenburg, Remeo. Ich habe sofort gemerkt, das ist mein Ding. Meine Frau hat gesagt, das geht nicht, du kannst doch nicht in die Pflege gehen. Ich habe gesagt, warum nicht? Und ich gebe voll auf. Das ist voll mein Ding, weil man arbeitet mit Menschen, man macht teilweise Leute noch glücklich. Ich kann zufrieden aus den Zimmern rausgehen. Also ich gehe raus und weiß, mein Patient ist vernünftig versorgt, er ist ordentlich gepflegt, dem geht es gut. Man hat eben auch Zeit für die Facetten der Pflege, von der Behandlungspflege zur Grundpflege, zur Betreuung. Man kann vieles zusammenpaaren. Man kann auch mal Prophylaxen wirklich nach Lehrbuch auch mal durchführen, dass man dann auch mal Gelenke durchbewegt, die Kugel des Prophylaxen. Das ist endlich jetzt. Man hat nach der Arbeit mal ein gutes Gefühl, man hat alles geschafft, man hat nicht irgendwie irgendjemanden vernachlässigt und man kann halt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Die größte Sicherheit ist, dass man nicht allein ist, dass man in Notfallsituationen immer einen Rückhalt hat. Eigentlich müsste jeder, der in der Pflege arbeitet, hier mal herkommen, sich das angucken und sich überzeugen lassen. Wenn du wieder so pflegen möchtest, wie du es einmal gelernt hast. Wenn dir das alles gut gefallen hat und du gut pflegen willst, dann krieg mal vorbei, va?